Herzlich Willkommen bei Forrest Gump, ich lauf und lauf und lauf und David holt nicht auf. Forrest lauf! Ey, der hat sich gerallt. Doch, du bist hinter mir, sehr gut. Ähm, nein, neue Folge Daisy mit Zonky und und David. Genau, wir haben eine, wie heißt der Helm? Schabka. Das ist ein Ballistikhelm. Scheiße, weißt du, was ich machen wollte? Ich wollte mir was anziehen und was zu trinken holen. Diese Dreckzzombies! Ich wollte ja, wir laufen jetzt gerade nach den Leuten zusammen, wo wir sind. Wir laufen gerade auf Berenzino zu, auf diese Baustelle. Und da werden wir uns mal umgucken. Hm. Das ist immer, da gibt es ein Krankenhaus auch, oder manche sagen auch Schule. Eigentlich ist jedes Gebäude in der Schule. Du musst immer fragen, ob ich das ist. Ja, dann gehen wir erst mal in die Schule. Ja. Ist der Zombie weg? Ähm. Ich glaube schon. Gut, dann gehen wir in die Schule. Dann gehen wir in die Schule. Grundschule, die haben die Haar. Ah, guck mal, das sieht doch was für dich dann. Ach, hier muss man hochsteigen. Hoch. Wir hätten wieder irgendwo... Oh, nee, bitte nicht. Ach so, V. Da ist eine Dose zum Trinken. Warum macht er nicht V bei mir? Du musst auch schon V drücken. Ja, ich drück. Ich spamme V. Dann lauf mal an V. Drück mal V. Vielleicht bist du zu dick. Also jetzt gleich knallt's. Siehst du? Ich spamme V. Das sieht interessant aus. Hier liegt eh nix drinnen. Ja, aber es muss doch... Ich fühl mich hungrig. Halt die Fresse, du sollst klettern, du Arsch. Wie einfach war das denn jetzt? Du bist einfach hochgelatscht oder was? Du stellst dich mal manchmal an. Du verstehst auch nicht. Was ist hier liegt was? Was ist das? Das ist so eine Mistgabel oder was? Da hinten steht so eine Picke. Ich habe echt eine Cola gefunden. Ich als Cola-Trinker, die kriegst du natürlich nicht. Ja, die kann ich den Namen. Eine Jeanshose. Hat jemand sich ausgezogen hier drin in dem Stroh? Oh, guck mal, liegt der Stroh. Die kannst du auch gar nicht. Pass auf, pass auf. Reagierst du? Guck mal, hier liegt der Stroh. Sag nicht, du kennst das nicht. Nein. Okay. Eventuell kennen es dann Leute, die dich gucken. Wenn ich sage, guck mal, hier liegt der Stroh. Willst du das jetzt nicht auflösen? Ja, dann sagt die Frau. Nein, Quatsch. Ich will alles nochmal. Google mal nach. Äh, wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, weil ich weiß es nicht. Äh, weil, guck mal, hier liegt der Stroh. Äh, ist interessant. Was glitschen hier durch? Gras, da wächst Gras auf dem Betonboden. Respekt, lieber Entwickler. Oh, ich bin schon weitergelaufen. Wieso kann man eigentlich diese Hose nicht los? Ist egal, ich möchte die Hose nicht haben. So. Bist du das oder ist ein Zombie? Ne, bist du. Naja, das bin ich der Zombie. Ich sehe auch schon mittlerweile aus wie einer. Hast du Blut hinten dran? Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ne, ich bin schmutzig. An der Schippe habe ich, glaube ich, ein bisschen. Ne, das ist Russen-Look. Ah, komm, weiter. Auf jeden Fall ist das. Der hat auch einen ziemlichen Entenarsch in der Hose. Kann das sein? Ich? Du auch? Warte mal, lass ich mal gucken. Der ist echt fett und hat Hunger, ne? Jetzt mal ohne Schau. Guck dir das doch mal an, das ist doch nicht wirklich schlankt. Der sieht doch nicht nach Verhungern aus. Der könnte mal ja dann, der sieht, du siehst ziemlich speckig aus. Der könnte noch drei Wochen, ja, der könnte noch drei Wochen ohne zu, gehen wir da hin? Ja, ja, ja. Da zur Baustelle, ja, genau. Der könnte noch drei Wochen ohne zu, was schreibt er denn jetzt? I'm completely soaking. Ja, alles klar, es regnet, du Fallform. Alles klar, also hier ist auch so ein Hotspot der Bambis, das heißt, oder auch nicht Bambis, auch der Full-Equipten-Leute, das heißt, wir könnten uns entweder gleich ein paar Kugeln fangen, Freunde finden. Ja, dann kann ich ja dann, dann kann ich ja dann den, den, ey, das kann ich jetzt nicht sagen, das hört sich ja rassistisch an. Aber dann kann ich ja an den Charakter wechseln, so sagen wir es mal. Denn du meinst den Maximalpigmentierten? Genau. Vielleicht verschonen die uns ja, wenn die LP sehen, oder? Die machen extra und fragen dann, wo sie sich das angucken können. Hier liegen, äh, ja. Hier gibt's rein. Ja, aber ich will nur gucken, was sie sind. Diese Baustellen sind wichtig, weil hier Rucksäcke liegen, essen, trinken, ach, hier essen, apropos, ich hab da essen, ne, ich bin doch gestorben. Wie, du bist gestorben, du bist doch gar nicht gestorben? Nein, bin ich gar nicht, ne? Du müsstest doch essen haben. Hier ist ein orangischer Bau, aber bitte, das passt ja mal wieder. Ich will nicht. Was haben wir denn hier? Hast du noch Hunger? Ich hab noch was zu essen dabei. Ich kann dir was abgeben. Ja, ich hab total Hunger die ganze Zeit. Ich hab dir doch die Banane mitgebracht. Ist das, warte mal. Du hast dir aber nicht gegeben. Stürmt, ja, da kommt er her. Du bist ein Kollegen-Schwein. Ich verhungere hier. Ich hab die noch, ich hab die noch. Was haben wir denn hier Schönes? Hier ist nichts, ey, da dachtest du mal, du stürmst schon mal nach oben und dann ist da nichts. Ja, du musst in das vorletzte Stockwerk rein. Ich glaub, da liegt am meisten. Ich bin dem ersten oder so. Hier ist eine Leiter, die geht garantiert aufs Dach, dann ist das doch das vorletzte Stockwerk. Bin ich richtig? Ja, aber da ist nix. Nö. Oh, da war ich schon einer. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Juhu. Juhu. Oh, das ist, dann ist das Wetter schon synchronisiert. Bei mir auch. Da steht was, da steht was, da steht was. Das ist eine Wasserflasche. Ich hab die jetzt einfach genommen, ohne zu sehen, was es ist. Meine Güte, sie ist bestimmt wieder ruiniert. Ah, der hat sie in der Hand. Was ist das? Oh. Oh, ne, was ist das denn? Spaghetti. Heißt Worn leer? Nö. Ne, das ist einfach nur der Zustand, das ist egal. Ich hab ja was zu essen, das ist ja das Schlimme dabei. Ja, dann ess. Ja, aber, ne, ich krieg's ja nicht auf, scheiß Dose. Stimmt. Dann lass mal was suchen, womit wir das aufkriegen. Ähm, da liegt eine Waterbottle. Wenn ich die in mein Inventar, ach, ich hab keinen Rucksack, deswegen kann er das nicht. Du bist, du bist gestorben. Oder du bist kaputt gegangen beim Silverwechsel. Ja, ne, aber deswegen hat er, ja, ich verstehe. Deswegen kann er das nur in die Hände nehmen, weil, weil ich, warte doch mal, weil ich keinen Rucksack habe. Ich bin doch oben. Ganz oben? Yes. Ne, ich bin nicht aufs Dach, ich bin leider nicht hoch. Ah, ah, follow. Jetzt trinken wir erstmal was. Oh, nicht einen Bandschvorschläger. Hast du Bock auf einen Bandschvorschläger? Ich trinke. Also, ich sollte trinken. I need drink. Drink bottle. Wo bist du denn ganz oben? Ich stehe hier trinkend. I'm completely soaking. Ja, aber trinken, ne? Also, es ist wieder unglaublich. Der kann doch eigentlich seine Kleidung auszutzeln. Mach doch. Wir haben wieder nicht gestellt. Keine Ahnung, wie lange. Ich mach jetzt nochmal neu 20 Minuten. Ist scheißegal, dann werden die Folgen halt ein bisschen länger, weil das bei CC lohnt sich, dass ihr wirklich... Ach doch, ich hab gestellt. Ja, genau. Nein, ich hab nicht gestellt. Hä? Hast du nicht? Nein, dann starten wir. Ist egal. Bei DSV lohnt sich das und ich denke, ihr habt hier jede Menge Spaß, weil das ist das völligste Chaos. Wenn ich da mal sehe, wie andere spielen, die spielen richtig mit... Das hättest du sehen müssen, diese Gang, ne? Das war richtig mit System. Da konntest du nicht furzen, ohne dass dir einer ein Befehl gegeben hat. Die haben gesagt, du musst... Ja, ich kann dir gerne auch reingehen, wenn du möchtest. Du musst... Binnen fünf Minuten musst du irgendwie, äh... Nein, Quatsch. Binnen eine Sekunde musst du geantwortet haben, dass du das bist. Ansonsten hast du eine Kugel im Kopf. Ja, das ist normal. Richtig. Richtig. Die können wieder Experten rein. Wo bist du denn? Bist du leid nach oben? Oben, ganz oben und warte ich auf dich. Nach oben hier. Ja, aber nach ganz oben. Ganz oben. Hat er jetzt die Bottle leer getrunken? Ähm... Warte mal. Das siehst du da nicht. Da... Es stand eben oben beim Dorf ein Zombie und er kommt jetzt zu uns gelaufen, weil er uns gesehen hat. Der kommt da hier nicht hoch. Das ist unfassbar. Ja, ich weiß es nicht. Da, er kommt durch die Scheune auf die Baustelle zugelaufen. Hast du einen Rucksack? Jetzt gleich ist er drin. Nein. Oh. Dann... Er kommt unten rein, der Zombie. Wisst du denn? Der kommt hier hoch? Keine Ahnung, das siehst du gleich, ob das geht. Ich lauf Treppen. Wie gesagt... Warte, was liegt hier? Ein Baseballschläger. Hab ich doch gesagt. Aber ich habe irgendwas auf dem Rücken. Keine Ahnung, was das ist. Das ist so eine Hake. Nein, das ist ein Hammer. Nein, ein Hake aus auf dem Rücken. Kannst du da mit Dosen öffnen? Ja, weißt du, was ich auf dem Haken... Auf dem Haken habe? Auf dem Rücken. Seit wann habe ich das Ding denn auf dem Rücken? Seitdem wir eben unten in der Scheune waren, und du sie aufgehoben hast. Ach, habe ich das. Wie kann ich denn die Dose öffnen? Mit Inspec? Nö. Welche Dose? Du hast dir gefallen, ob ich da mit Dosen öffnen kann? Oder war das ein... War das wieder... Draufziehen, draufziehen. Auf die Dose? Hm? Nö, wird rot. Blender, bringt's nix. Ich habe hier für dich eine Banane. Bananasong. Sind dich wunderschön. Ja, die esse ich... Nicht darauf ausrutschen, bitte. Warum trinkt der dann? Weil du am Drettchen gedreht hast und gesagt hast, Drink! Also muss ich die Bottle erst wegschmeißen, ne? Hast du Durst? Ich habe noch eine Bottle dabei. Hast du Hunger? Ja. Hast du? Ja, hast du? Hast du? Hast du? Ich esse noch eine Runde hier von meinem Knusperchips. Du bist zur Hälfte, esse ich dir noch leer und die andere Hälfte gebe ich dir jetzt. Ja, warte, ich esse ja gerade erst Banane. Eat fresh Banane. Jetzt gucken wir mal, wie es aussieht. So, ich knusse mal nochmal. Äh, Hungry ist gelb. Ja, der könnte glauben. Aber warte mal, die ist doch noch nicht leer, die Banane. Oder isst du die in einem Zug? So, ach, 40%. Ja gut, hier, dann gebe ich dir das jetzt noch. Warte, er isst... Ach, der isst jetzt erst. Warte, warte, er isst jetzt erst. Warte, warte. So, dann zack, lass ich immer die Dode... Warte, ich guck. Ja, ist immer noch gelb. Ja, man muss ziemlich lange essen, bis das weg geht. Ist das Ding hier noch leer, was ich da hingelegt habe. Imperativ. Eat all? Natürlich. Erstmal eat. Das hört sich total cool an, wie der isst, ne? Jetzt ist mal ohne Scheiß. Vielleicht krieg ich mal drei Tore, ne? Ich musste zum Glück nicht mehr schießen. Ich... 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 Tut mir leid, ich... Es ist so viel Folgen hier, aber ich bin immer nicht drüber weg. Warte, lass mal... Lass mal ein Baseball spielen, hm? Komm, 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 lass mal zu. Wie werfe ich? Äh, ich weiß nicht, man kann es einfach werfen, jetzt ist es schon weg. Äh. Komm, 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 hier, in der Höhe. Jetzt weißt du, warum der so dick ist. Hier, hier musst du hin treffen, hier, so. Nein, jetzt weißt du, warum der so dick ist. Ja, werfen wir irgendwas. Hast du nur eine Dose oder was mitgekommen? Ich hab nichts zum Werfen. Ja, die würde ich trinken irgendwann mal. Mann, ich möchte aber schlagen damit. Ja, Frau, komm, wir gucken weiter. Wir wollen ja ordentlich spielen. Sonst heißt das irgendwann, äh, kann ich ja jetzt schon sagen, Oh, voll scheiße, ihr nehmt das Spiel nicht ernst, ihr Spacko. Muss man das Spiel etwa ernst nehmen? Ja, manche machen das schon. Ja, aber manche wollen das echt, die wollen das echt gucken, um das ernst zu nehmen. Da musst du denen. Ja? Ja, es gibt Leute, die sehen, Oh, cool, der Song, hier hat der Sieg gespielt, da kriege ich bestimmt coole Taktik. Ne, die mich kennen nicht. Aber die mich nicht kennen. Die denken, da kriege ich bestimmt eine coole Taktik hin. Und wenn dann so ein verarschen Scheiß kommt, Taktik? Was ist Taktik? Ja, wie man zum Beispiel schießt, ohne zu zittern. Oh. Ist eigentlich der Kandidat Zombie hier noch drin? Weiß ich nicht. Anscheinend nicht? Hier ist eine Waschmaschine, da können wir die Sachen waschen. Stimmt, ja. Dann arbeiten wir uns jetzt langsam zu der Stadt da hoch. Ja, vielleicht finden wir ja nochmal was, was wir brauchen können. Ja, da ist ein Krankenhaus, das ist nicht. Und zwei Supermärkte erwarten uns mit vollem Einkaufsregalen. Was ist da, der Server ja eben neu gestartet hat? Da steht was. Ne, das ist Dreck. Ja. Was ist das hier? Was steht wirklich was? Na ja, das ist so ein Gaskocher-Ding. Du kannst echt viel über... Du kannst echt viel über... Denn hier ist schon synchronisiert, siehst du auch den Hasen da laufen? Wo? Hier in die Scheune sahen gelaufen. Hier ist er jetzt. Ich hau den mal kaputt mit dem Messwurtschläger. Ich glaube, das geht noch nicht. Ne. Geht nicht. Du haust den da kaputt und der sitzt da? Ja, ist okay. Mhm. Nicht wirklich was hier drin gewesen, wa? Nö. Dann da nochmal grad rein. Da findet man die Klamotten meistens und so. Können wir auch in der Mülltonne suchen? Oh, das wird wieder was Feines für dich. Oh ja, das wird hier stehen. Aber hier ist offen. Siehst du mal offen. Ach, hier ist taktig offene Tür. Wieso, wo ist hier denn eigentlich? Ist mich schon wieder verloren? Nö, ich hab mich nochmal hier in diesen kleinen Häuschen umgeguckt. Wo bist du denn? Ach da. Hier. So. Ähm. Guck mal, das würde dir, glaube ich, stehen. Das passt zu deiner... Och, nee. Egal. Helm. Zu deiner Helm. Äh, da liegt nochmal das Verbandssoil. Äh, du hast es zerfetzt, anstatt das anzuziehen. Ist doch schön. Du bist ja skrupulös. Besser geht's ja gar nicht. Hier gucke ich die. Hab ich doch schon Verbandsmaterial. Echt? Die sehen doch gut aus. Hast du keine? Willst du keine? Joos. Doch, ich hab auch gut bestätigt. Joos. Jetzt verbindest du. Du hast die Racks in der Hand gehabt. Ja. So benutzt man Verbands... ...Materialien. Äh. Warum der Junge auch alles in die Hand nehmen muss, dieser Spacken? Hunterpens. Ach, nein, weißt du, was das Problem ist? Ich hab keinen Platz mehr. Ja, ja, klar. Deswegen hast du ja alles in der Hand. Aber auf die Notplätze kann ich's noch ziehen? Ist es dann weg? Ne, ist es trotzdem weg, ne? Was für Notplätze? Na, hier auf die Plätze da unten. Diese... Nein, das sind nur deine Action-Buttons. Da kannst du gar nichts hinziehen. Ja, was mach ich jetzt damit? Wegschmeißen, so wie es ist. Wo? Wo? Mit den Racks? Ja, nicht mit den Stiefeln. Mit dem Verbandszeug. Ich hab noch was dabei. Ne, hab ich gar nicht. Weil sollten wir mal bluten... Ich nimm's mit, ich nimm's mit. ...kommen wir her und werden looten. So, ich hab Schuhe an. Guck mal. Ich hab doch Schuhe an. Ich hab doch Schuhe an. Das war lustig. Ähm. Das war wieder... Ey, das war wieder dieses Geräusch, als würde die Motorrad vorbeifahren. Ne Kiwi. Und ne Hose. Hast du Bock auf ne Kiwi? Ich kann nichts mehr mitnehmen. Ne, du kannst du direkt essen. Ich hab ja nichts mehr zu... Ne, ich bin ja sagt. Ist Rollens... Ist Rollens... Achso, dann ist ich so. Eat! Brauchst du noch ne? Hm, ich guck mal, ich ess hier mit Schale. Okay. Bin ich, bin Mann, weißt du? Brauchst nen Löffel? Da liegt noch was. Schon weg, die Kiwi. Ich hab auch mal was gefunden. Löffel. Noch mehr Schuhe. Welche Schuhe sind jetzt besser? Eigentlich scheißegal. Sind das Turnschuhe? Was ist das hier? Oh, warte mal, ist das hier ne... Warte, sind das Turnschuhe? Ja, ist das immer schon Turnschuhe. Ist das hier ne Motorradjacke? Das ist ne Motorradjacke? Oh, die ist ruiniert. Aber zieh bitte die Motorradjacke an. Ich zieh keine ruinierten Klamotten an. Doch, das war keine Spiele Rolle. Da ran, da raus, muss vorbei. Da. Da war jemand, aber das war kein, das war kein Zombie. Doch, doch, ich hab die Schritte gehört. Sicher? Nein. Guck du. Guck. Das ist ein Zombie. Den hörst du. Wo bist du denn? Der würde, der würde, ich gucke. Der würde schreien, der Zombie. Wo guckst du denn? Ah, du bist draußen. Da sind Spieler. Wow, die sind bewaffnet. Ich glaub, das sind die von eben. Warte, ich schreie die an. Friendly, friendly. Friendly, friendly. Du läufst einfach hin. Du läufst einfach hin. Äh, F2, ne? Ne, Caps Lock. Achso, ich dachte, wir müssen mit denen reden. Hallo, Freunde. Hallo. Sind die Friendly? Seid ihr nett? Ich denke. Wir sind auch nett. Wir sind auch nett. Genau. Und wir sehen gut aus. Wir sehen gut aus. Weil, wir nehmen grad ein Let's Play auf und wenn du mich jetzt erschießen würdest, dann würden alle denken, du bist Rassist, weil ich schwarz bin. Ja, und ich bin Chinese. Ihr habt aber tolle Waffen. Ihr seht richtig gut aus. Du musst den, du musst den. Warte. Warte. Wir spielen zum allerersten Mal und kennen uns noch nicht aus. Könnt ihr uns helfen? Das musst du immer sagen. Dann sind die nett. Oder sie vergewaltigen dich. Das kann auch sein. Das ist 50-50 Chance. Wie spielt man dieses Spiel? Pass auf. Mit viel Freude und Fantasie. Oh ja, die sind böse. Das war eine böse Antwort. Nicht immer rundherum springen, weil da krieg ich irgendwie Kreislauf. Ich hab nix. Ich kann dir nix tun. Guck mich an. Ich bin völlig... Nein. Es kann sein, dass er dann Ballistikhelm haben will. Frag ihn. Warte mal, warte mal. Ich würde ihn ja nicht. Was? Eventuell möchte er dann einen Helm haben. Bist du meinen Helm? Bist du meinen Hut? Nee, danke. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Autor. Ich hab mal nicht gemacht. Es kann sein, dass es die Sinti, die wir eben getötet haben. Soll wir mitkommen? Ja, wir gehen mit. Ist ne gute Idee, ja. Ah, ist der viel besser. Ist der viel besser hier. Ihr seid aber sehr nervös. Habt ihr irgendwas... Fühlt ihr irgendwas im Schilde? Mein Gott, die Leute sind halt aufgeregt, wenn sie erst in meinem Let's Play drin sind. Ja, ihr werdet gerade aufgenommen. Bist du der Moonguy? Wer? Ich weiß nicht. Einfach ja. Nee. Nee. Sagt ihr sonst ihr ganzes Stück? Warte, warte mal, warte mal. Meinst du mal Fuyu, der Dennis? Das kann ich. Mach doch mal was Interessantes. Ich seid ja total langweilig. Das ist ja total langweilig. Er hat die Waffe weggesteckt. Oh, ja, wow. Oh, uh. Wow. Wie ging dieser komische Friend? Warte mal. Wie ging der Friend? Warte, warte, ich kann auch einen Button. Moment. Hey, der Ferkel. Der Ferkel. Oh, Entschuldigung, das war der Falsche. Das war der Falsche. Der ist absolut... Also der... Deswegen hab ich den hier unter Kontrolle. Also der ist... Also geht gar nicht. Ja. Er macht den Ferdinand, guck mal, ne? Wie geht der? F2, ne? Ja, ja. Shake, he, shake, he. Shake, he. Oh, 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 jetzt geht's los. Pass auf. Wenn der schon so anfängt... Was? Ich würde... Ich vermute, dass die uns gleich Blut abnehmen. Ich würde sagen, wir setzen uns mal in Bewegung, dass die mal ein bisschen schöne Sachen zusammenkriegt, ne? Was? Die wollen uns helfen? Das gibt's gar nicht in Dacys. Das kann nicht sein. Ach, ihr wollt uns helfen? Du hockst gerade. Stell dich mal hin. Wie geil ist das denn? Das wird ein geiles Let's Play. Komm hinterher. Der Werber wollte uns helfen. Das ist irgendwie merkwürdig. Die wollen uns wirklich helfen. Ja? Bestimmt wegen dem LP. Ich wette mit dir. Aber die wollen, äh... Ach so. Von wo kamen die eigentlich nochmal? Ah, von da. Von da? Von da ist immer gut. Ich laufe wieder langsam, ne? Ah, ja. Erzähl doch mal was ein bisschen. Seid doch mal nicht so stumm. Wir müssen sich doch auf den Weg konzentrieren. Wie heißt ihr eigentlich? Genau. Wie heißt du? Also ich bin der Actros. Axel? Wie der... Actros. Wie der LKW. Ach so, okay. Ah, okay. Und du? Wo bist du denn schon wieder? Hallo? Da. Da, 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 da. Wie reist du? Ja, ich weiß gar nicht. Collega, wie reist du? Burt. Ja, ich heiße Burt. Wie? Burt? Togel? Was denn? Hier gibt's doch, hier sind doch keine anderen Spieler, oder gibt's hier andere Spieler? Hab nur Zombies gesehen. Ah, ich hab dich wieder nicht gemutet. Warte mal, warte mal, warte mal, sag mal, ich muss mal eben muten. Ah, du brauchst du nicht sagen. Ich krieg das schon hin. Wo bist du denn? Blablabla, bitte kompletten, blablabla, bitte kompletten, 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 kompletten. Ja, ich hab mir vorhin fuß verknackst, als ich über ne Wurzel gestolpert bin. Ich glaub, die wollen uns töten, oder so. Ne, die wollen uns, glaub ich, wirklich helfen. Wo sind die denn? Keine Ahnung, jetzt laufen die hoch zum Krankenhaus, glaub ich. Die werden uns niemals Waffen geben. Ne, machen die auch nicht. Aber irgendwie ist lustig. Einfach blablabla, die ist so okay. Ich könnte den mit der S-Von-Schläger an überziehen. Die würden, glaub ich, direkt umklappen. Ja, deswegen halten die auch mal Abstand. Jetzt rennt die aber langsam. Ja, weil die die Waffen gezogen haben, rennst du automatisch langsamer. Das Gute ist, dass die uns jetzt vielleicht doch die Zombies vom Hals halten, weil die sind wirklich ätzend. Na, die sind nett. Eigentlich sind die nett. Eigentlich sind die nett. Mein Kollege Sarazar wird jetzt wieder so, oh, die sind voll nett, ich gucke mal nichts zu. Wo ich schon ein paar Mal gesagt habe, der Alk-Zombies, wir gucken jetzt mal, wie nett die sind. Wenn sie jetzt, aber immer verstecken, nicht in der Schusslinie gehen. Oh, hier, mit der Axt, mit der Axt, mit der Axt nimmt er den. Ey, cool, Uschi ist kaputt. Danke, Uschi ist tot. Na, ist nicht tot. Seit dem Patch kriegst du die nicht mehr mit einem Schlag kaputt, ey. Ey, vielleicht kann man zugucken, wie die sterben, dann können wir die looten. Ey, was ist das denn für ein Zombie? Ey, ist erst Gummi? Jetzt ist er tot. Wow, Hammer, wie lange die brauchen. Nein, Hammer, nicht Axt. Ruhe in Frieden, meine Lieben. Was? Ruhe in Frieden, Ruhe in Frieden. Das hier ist dann das Geschäft, wo du looten kannst, dann normalerweise. Und dann hauen auf hier, und dann such mal hier, was für nichts für euch. Alles klar, das war Uschi übrigens, die du gerade gehäckselt hast. Ich komme wieder in die Strübe, verdammte. Doch jetzt. Du bist nicht so fähig, deine V-Tastens benutzen, glaube ich. Doch. Du musst dazu sagen, ich spiele hier nicht mit einer deutschen Tastatur, sondern... Oh, Handschellen, Handschellen, Handschellen. Willst du die jetzt fesseln? Ich habe Handschellen. Aber zeig dir das nicht. Ich könnte die fesseln, ja. Ich habe auch was, ich habe einen Dose. Ich habe aber keinen Rucksack. Wir brauchen einen Rucksack. Scheiße, die Sprühdose. Ich weiß nicht. Ah, warte mal, da oben ist noch was im Regal. Im Giral. Was ist das denn? Tempos? Ah, da hast du wieder Reis gefunden. Das ist Reis von eben, was du schon mal hattest. Ja, ich renne mit einer Reispackung durch die Gegend. Weißt du, wir haben Handschellen und wir haben einen Sack. Damit könnte man schon fiese Sachen machen. Ja, du könntest einen Rucksack bauen. Ach, nee. Nö, ich könnte die fesseln und den Sack über den Kopf ziehen. Ich bin nur durstlich, hast du Hunger? Warte mal. Ja, schon ziemlich. Ja, dann nimm den Reis. Warte, da hinten standen auch so Knusperflakes. Sieh, nehme ich mit. Ja, was ist mit dem Reis? Und du den mit? Äh, ich kann den, ich habe den, ich habe den, der hat mich eigentlich egal. Ich mache mal Eat All Knusperflakes. Yeah. Ja, ich brauche den Reis nicht. Ich habe keinen Hunger. Ach, dann lass es. Geh mal gucken, wie die sind. Nein, die schießen uns tot. Warte, was ist die? Ich habe einen Rucksack. Ist das einer? Ach, war es, der liegt doch nicht. Nein, das ist dieser Sack. Ja, das habe ich mir auch gedacht. So, ich gucke mal, wo die sind. Ah, die laufen noch hier rum. Oh, die laufen patrouilliert. Die haben es richtig so, die man das kauft. Ich bin rausgelaufen mit der Hauptstraße wieder. Guck mal, hier ist das russische I want you. Wer nicht von, ähm. Wo bist du denn? Ach, die Hauptstraße. Dein Gang. Warte, ich mache das blaue Tor auf. Bis? Wo läuft das Tor? Andere Richtung, andere Richtung. Lauf ums, guck mal da rum wieder. Vorne, wo wir reingegangen sind. Ich weiß nicht mehr, wo wir reingegangen sind. Aber dann ist das der Haupteingang. Nein, ist er nicht. Aber ich sehe dich. Wo? Ah, guck mal hier, dieses russische I want you. Das da? Das da? Wo gucke ich denn hin? Warte, ich kann den nachmachen. Achso, warte, warte, ich kann es lesen. Isbireitje. Wieso kannst du das lesen? Ich habe das mal gelernt. Das kann doch kein Mensch lesen. Das heißt, das ist ein Tch. Das ist ein D. Das ist ein K. Und das ist ein Je. Ja, also, das ist sehr eindrucksvoll. Das heißt, Lenin hat einen Stinkefinger. Wow. Ja. Ja, das wusste man doch schon. Ähm, so, jetzt gehen wir mal in den Häuschen rein. Keine Ahnung, die haben uns wieder alleine gelassen. Hä, wie, lassen wir uns zum Krankenhaus gehen. Das ist hier direkt um die Ecke. Warte, hier liegt was. Was liegt hier? Hier liegt immer was. Aber was liegt hier? Oh, Zombie. Zombie. Ich habe irgendwo ein Zombie gehört. Wo sind unsere Freunde, um uns zu helfen? Hier liegt was zu essen. Was ist das? Weiß ich nicht. Ess es, dann weißt du es. Nein, guck dir das an. Da würdest du es niemals essen wollen. Das ist ein Gammelapfel. Ah, die kloppen sich da mit dem Zombie vor dem Krankenhaus. Ja, aber ich muss was trinken. Ey, warte mal, was ist denn das? Ein Kassettenrecken? Ach, hier ist ein Brunnen. Warte mal. Wenn du trinken musstest, ist hinter dem Haus ein Brunnen. Ja? Hm. Wow, ist Kindsatt mit der Ecke. Ey, wird geschossen. Ja, ja, die haben einen Zombie abknapp. Na, komm mal hier. Ach so, sind das echt Freunde? Ja, ja, das sind Freunde. Die hätten uns schon lange rumgebracht. Die haben Respekt vor deinem LP. Hat der echt gesagt? Echt LP oder so? Nö, du hast das gesagt. Ja, aber er hat doch irgendwas dazu. Nee, warte doch mal. Der hat doch irgendwas drauf gesagt. Ich weiß es aber nicht mehr. Ja, er fand das cool. Hier kannst du wieder spammen, aber diesmal ziehen wir nicht die Kotze Nummer ab, würde ich sagen. Das ist halt das... Nee, um Gottes Willen. Das ist halt das... Du willst sofort aufhören. Ich bin... Nee, ich bin... Ich sehe es gar nicht mehr, dass ich trinken muss. Also steht nur noch Socket. Also ist alles weg. Nee, nee, es muss alles da sein. Hellgrün ist ein guter Zustand. Trinkst du lang, bis Grün ist, äh, äh... Achso. Ähm, ich muss ja sagen, das ist ja das Gute an der Sicht. Du weißt überhaupt nicht, was passiert. Es kann passieren, dass gar nichts passiert. Es kann passieren, dass ich wieder einen Zitterkampf kriege. Und es kann passieren... Das ist immer noch nichts zu sehen. Trink, 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 trink. Ach, du musst nicht warten eine ganze Weile. Der trinkt immer weiter, ne? Nein, spam. Spam einfach. Warte vorbei. Dann haben wir ganz schöne Munition, ne? Da steht jetzt was Rotes. Ach, meine Klöten sind nicht mehr so trocken. Wie? Nein, meine Klose ist auch nicht mehr so nass. Naja, scheiß drauf. Es wird ja im Chat angezeigt, wenn es grün ist, ne? Nein, du musst Tab drücken. Nein, es wird im Chat angezeigt. Glaub, ah, hydratet grün. Ja, hellgrün oder dunkelgrün? Was meinst du? Mittelgrün. Na, dann trink noch ein bisschen. Hauptsache nicht stuffed wie eben. Ich hab keinen Bock, wieder auf den Boden zu kotzen. Hellgrün wird's langsam. Ne, ne, das gibt zwei Stufen nur. Das siehst du dann. Alter, was hat die Kuhfilme für'n Durst? Jetzt kommt was runter. Die, ich seh sie. Die sind unumkrankt. Stufft ist gelb. Ja, hör auf. Und jetzt warte so, bis das wieder weg ist. Komm, sprich mal mit denen durchs Fenster. Durchs Fenster? Ja, schönen guten Tag. Ich hätte gern ein Maximilien Nummer 6. Die geht einfach. Nein, die spielen das ernst. Die knallen uns ab, wenn wir hier Scheiße bauen. Ach was. Das ist so einer, der will ne Taktik von mir lernen. Der fragt dann bestimmt, welches Letzt... Der will ne Taktik? Ey, was nützt uns... Bringt uns was, wenn wir jetzt hier reingehen? Ne, wir müssen ausräumen. Das ist der Haupteingang. Nein, nein, das weiß ich. Bringt uns was, wenn wir hier reingehen. Das ist das Krankenhaus. Ich höre ein Zombie. Ja, die machen das schon. Das sind unsere Buddygards hier. Das ist nicht... Das bin ich grad geportet. Ähm... Wo bist du? Ja, hier, hier. Ach, hinter... Wieso bist du hin? Wieso bist du hin? Keine Ahnung, ich bin grad zurückgepoppt. Da kommt er wieder. Ah, da rennt er raus. Wo will er hin? Ja, aber wenn die doch schon da drin waren, dann ist es doch... Freunde. Was ist das? Hast du gehört? Freunde, hat er gesagt? Hat er Freunde gesagt? Oder was ist das? Freunde fürs Leben! Ich wünsche mir wieder ein Zombie. Ja. Hier gibt's... Ah, wir könnten eine lustige Aktion mit dem Defibrillator machen. Das macht echt Spaß. Ja, können wir dann in der nächsten Folge machen. Was? Was, Böse, Mann? Ja, ich etwa. Ich bin doch nicht böse. Ich bin doch nicht böse. Böse? Wie sind eure Namen denn? Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Wie heißt ich eigentlich nochmal? Jack Black. Jacob Black. Was hab ich nicht verstanden, was? Ich bin Jacob Black. Ah! Zombitski! Einmal Achtung. Zombie! Panikbutton! Ist der weg? Ich renne hinterher. Ja, ja. Ja, wieder zurück. Ah, ne, warte, warte, warte. Der muss, der muss dann mit dem... Wenn der auf den... Ah, der kloppt sich mit dem. Komm, wir gucken mal, wie lange er braucht. Ja, und ob ihr den Zombie kriegt oder nicht, das werdet ihr nie erfahren, weil wir machen leines Folgen, Böse. Bis dann. Ciao, euer Zongi und... David! Ciao, ciao! Ciao, euer Zongi und... Ciao, euer Zongi und... Ciao, euer Zongi und... Ciao, euer Zongi und... Untertitelung des ZDF, 2020